Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Mediaform Unternehmensgruppe. Heute stellen wir euch unser Premium-Produkt im Patientenarmbandsegment vor. Unser zertifiziertes Amylastik TTP Made in Germany. Sämtliche Informationen und Shortlinks zu den jeweiligen Artikeln haben wir dir unten in der Videobeschreibung aufgeführt. Und falls du bereits das Produkt erworben hast, haben wir am Ende dieses Videos ein weiteres Video verlinkt, das dir den Aufbau und die Inbetriebnahme des Amylastik-Patienten-Armbanddruckers erläutert. Schauen wir uns nun das Produkt etwas genauer an. Bei dem Amylastik TTP handelt es sich um ein Armband, das im Thermotransferdruckverfahren bedruckt wird und sich dadurch von anderen Druckqualitäten abhebt. Anders als der Name vermuten lässt, arbeitet der Thermotransferdruck nicht mit Druck, sondern mit Wärme. Farbpigmente werden mittels Hitzeeinwirkungen von einem Folienträger auf das Armband übertragen. Das dadurch resultierende hochwertige Medizinprodukt ist besonders resistent gegen äußere Einwirkungen wie Desinfektionsmittel oder heißem Wasser. Somit ist eine dauerhafte und beständige Datenlesbarkeit des Aufdrucks garantiert. Zum Vergleich zeigen wir anhand eines Belastungstests mit kochendem Wasser den Beständigkeitsunterschied zwischen einem links-thermodirekt bedruckten Armband und einem rechts-thermotransferbedruckten Armband. Deutlich erkennbar ist, welchen Extrembedingungen unsere Amilla-TTP-Armbänder standhalten. Denn unser Anspruch ist es, dir ein Produkt zu liefern, das deine Patientinnen und Patienten verlässlich über die gesamte Verweildauer begleitet. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaften und der Langlebigkeit ist das DIC-TTP in deutschen Krankenhäusern erste Wahl, wenn es um die nachhaltige Optimierung von zahlreichen klinischen Prozessen rund um deine Patientinnen und Patientinnen geht. Sehen wir uns einige Beispiele für die Anwendung im klinischen Umfeld an. Point-of-Care-Anwendungen gehören in Kliniken zum Alltag. Egal ob Blutzuckermessungen, Blutgasanalysen oder Notfalldiagnostik. Das Erfassen und Auswerten von Daten erfolgt immer häufiger direkt am Patientenbett. Mit dem Scan des patientenbezogenen Bar- oder QR-Codes am POCT-System leistet das Amylastik-TTP-Armband einen entscheidenden Beitrag zur sichereren und schnelleren Erfassung der Patientendaten und der anschließenden Zuordnung der Befunde in die elektronische Patientenakte. Ein weiteres Beispiel findet sich an der OP-Schleuse. Hier herrscht oft reger Betrieb und es ist oberste Priorität, einen Überblick über alle ankommenden Patientinnen und Patienten zu behalten. Für den weiteren Weg in die Anästhesie oder die einzelnen OP-Säle ist es von entscheidendem Vorteil, wenn alle einzelschleusenden Personen mittels Code am Patientenarmband sicher identifiziert und dank moderner Checklistensysteme zugeordnet werden. In der Medikamentenvergabe unterstützt der Einsatz eines Amyla-Patientenarmbandes das Erreichen eines Closed Loops, da jederzeit eine Zuordnung der verordneten Medikationen und des Armbandes am Patienten hergestellt werden kann. Dies erfolgt optimalerweise durch einen personalisierten Medikationsblister aus einer Unit-Dose-Verteilung oder am Beispiel einer Intensivstation auch durch Perfusorspritzen mit einer eindeutigen Barcodierung, welche bestenfalls durch den Einsatz der Praxiket-Designer-Software erfolgen kann. Die Videos zum Praxiket-Designer habe ich dir ebenfalls in die Videobeschreibung verlinkt. Dort findest du unter anderem ein Produktvideo, eine Online-Version des Praxiket-Designers sowie eine Anleitung zur Kalibration des Druckbildes auf Medikationsetiketten. Die Erfassung der Patienten-ID an Bestellterminals kann mittels Barcodescannen eines Patientenarmbandes erheblich erleichtert werden und eine spätere Zuordnung sicherstellen. Neben der klassischen Essensbestellung kann der Barcode des Armbandes auch bei Besuchen des Krankenhauscafés oder der Bibliothek verwendet werden. Somit können erbrachte Leistungen wie eine Essensbestellung dokumentiert und zu einem späteren Zeitpunkt abgerechnet werden. Durch den Einsatz moderner Info- und Entertainment-Systeme wird der Krankenhausaufenthalt von Patientinnen und Patienten komfortabler gestaltet, neben den bekannten Multimedia-Anwendungen wie Telefonieren, TV- oder Internetzugang werden auch Funktionen wie das Erfassen von Schmerzberichten, Essensbestellungen oder Patientenbefragungen darüber abgebildet. Die personalisierte An- und Abmeldung an diesen Systemen kann durch das Scannen der verschlüsselten Patienten-ID auf den Amela-Patienten-Anwendern erheblich erleichtert und sicherer gestaltet werden. Sehen wir uns die Vorteile des Amela-Stick-TTP-Patienten-Anwendes im Bereich des Patiententransportes an. Der Transport von Patientinnen und Patienten innerhalb der Klinik ist ein wichtiger Bestandteil der Krankenhauslogistik. Auch hier finden immer öfter digitale Erfassungssysteme ihre Anwender. Mithilfe der Erfassung des Patienten-Barcodes auf den Amela-Stick-TTP-Anwendern kann eine sichere und einwandfreie Dokumentation der Transportaufträge und Übergabepunkte erfolgen. Die erhobenen Daten können genutzt werden, um Transport- und Übergabeprozesse zu analysieren und zu optimieren. Zum Schluss, aber nicht zuletzt, unterstützt das Amela-Stick-TTP bei der Dokumentationspflicht in Klinik. Diese nimmt einen erheblichen Anteil der zur Verfügung stehenden Zeit des klinischen Personals in Anspruch. Die Erfassung der Patienten-ID und der eingesetzten Mittel durch einen Scan beschleunigt und verbessert die Dokumentationsprozesse. Sowohl bei der Erfassung von Materialien und Zeiten während einer OP, der täglichen Visite und Pflegedokumentation mit mobilen Endgeräten als auch bei der Vergabe von Blutpräparaten stellen Amela-Patienten-Armbänder eine wertvolle Ergänzung bei der Dokumentation dar. Eine Reihe mobiler Datenerfassungsgeräte für den Healthcare-Bereich findest du in unserem Mediaform-Onlineshop. Die Links zu den jeweiligen Artikeln von Zebra, Honeywell und DataLogic habe ich dir in der Videobeschreibung hinterlegt. Die Einsatzgebiete unserer Amela-Patienten-Armbänder sind sehr vielfältig. Bei der Realisierung deines Projektes unterstützen dich unsere geschulten Medizinprodukte-Berater von Anfang an und begleiten dich über die Inbetriebnahme hinaus. Mit unseren Erfahrungswerten, kostenlosen Schulungen und ausgezeichneten technischen Support schaffen wir für dich die besten Voraussetzungen für den Einsatz unserer Produkte. Und zum Schluss noch eine Empfehlung von uns. Neben unserem Premium Stick TTP-Armband bieten wir für kürzere, beispielsweise ambulante Aufenthalte oder Operationen unsere günstigen Top-Thermo-Eco-Armbänder im Thermo-Direktdruckverfahren an. Die Links zu den Artikeln findest du ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn du bis zu diesem Punkt des Videos gelangt bist und dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über dein Abo und deinen Daumen nach oben. Um keine Neuheiten auf unserem Kanal zu verpassen, klick doch auch noch auf die Glocke neben der Abonniert-Schaltfläche. Mehr Details zu uns findest du außerdem noch auf unserem Instagram- oder Facebook-Kanal oder für geschäftliche Anfragen auch gerne über LinkedIn. Natürlich freuen wir uns auch über deinen Anruf. Alle Infos sind selbstverständlich in der Videobeschreibung hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, deine Mediaform Unternehmensgruppe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald,